Und rums, schon liegt die Luxuskarre im Wasser. Nach einem Autorennen auf einem zugefrorenen See staunt der Lego-Erbe aber mal ganz schöne Bauklötze. Anders Kirk Christiansen, der Urenkel von Lego-Gründer Ole Kirk Christiansen, hatte sich das wohl etwas anders gedacht, als er in seiner Heimat in Dänemark eine Spritztour übers Eis macht und plötzlich durchs Eis kracht. Sich selbst kann er retten, indem er durchs Fenster aus dem Auto klettert. Den versenkten Wagen im Eis postet Anders sogar noch stolz auf Instagram und schreibt humorvoll dazu. Gut, dass ich nicht den Rolls-Royce genommen habe. Der Versuch, ihn wieder aus dem Eis zu befreien, entpoppt sich als eine etwas größere Herausforderung. Denn für einen Hubschrauber sei es an dem Tag zu wolkig, wie er seinen Followern auf Instagram mitteilt. Also muss ein Seil her. Doch auch da missglückt der erste Versuch und das Fahrzeug rutscht zurück ins Eis. Beim zweiten Versuch schafft er es mit Unterstützung dann endlich, den Luxusschlitten wieder auf festem Boden zu befördern. Rasch das Wasser ablassen und dann geht's für den etwas demolierten, aber sonst widerstandsfähigen Wagen auch schon wieder ab auf die Straße. Kurz vor dem gewagten Rennen hatte der Lego-Erbe sogar noch das Eis überprüfen lassen. Es sei ganze 13 Zentimeter dick gewesen. Trotzdem, wir finden, diese Aktion wäre echt daneben und hätte auch böse ausgehen können. Also an alle Möchtegern-Rennfahrer und Eisläufer bitte nicht nachmachen. Eisläufer bitte nicht nachmachen.